Hallo Leute und heute spielen wir nicht Minecraft. Nein, wieder nicht. Aber wir haben Snapshot 1.20 und ich habe hier etwas gebaut. Und das ist ein Bunker ist hier. Ja, nicht so ein guter Bunker. Aber noch hier habe ich noch einen besseren Bunker. Und noch das Letzte und das Beste. Wo glaubt ihr, ist der Bunker? Weil das sieht man nichts. Aber wenn sie mit, mit, ja hier schießt und wartet, dann macht sie ich diese Tür auf. Dann, dann ist hier so etwas und ihr glaubt, ihr seid in den Siegelbunker. Nein, noch nicht. Ihr müsst hier gehen und dann hier. Dann macht sich das auf. Und jetzt ist es auch nicht noch in den Siegelbunker. Dann müsst ihr noch hier schießen. Das macht sich das auf. Ja, und hier habe ich so welche Bannere oder wie das heißt. Zwei. Ja, und da habe ich jetzt noch nicht fertig gemacht. Aber wenn ihr das drückt. Schaut. Und da ist so ein Klo, das. Ja, ich habe es so gebaut. Und noch. könnt ihr da Wasser rein geben. Und da passiert wieder nichts. Da macht ihr es auf. Zu. Da auch. Wieder auf. So. Ja. Und ich habe Hunger. Dafür gehe ich ins kreative Mod. Nein. Ich verwechseln. Immer die. Ssetze und Inventar. Nein. nicht eins. Ja. Un. Und ich wollte euch den Bunker zeigen. Ihr könnt zu mir in die Welt kommen. Und manchmal bin ich online an dieser Welt. Und ihr könnt da kommen. Und ich habe wieder meinen Skin zurück. Ich bin so froh. Und, wie ich schon gesagt habe, kommt. Und ich gebe euch viele Sachen. Zum Beispiel, weiß ich nicht. Zum Beispiel OP. Und so. Und das wäre von heutigem Video alles. Ich hoffe, es hat euch dieser Secret-Teil gefallen. Und tschüss.